hab ich alles wundert mich eigentlich dass hier nix ist okay so dann können wir wieder abwärts stufe drei habe ich geschafft ja kann ja so ein du hast aber ein bisschen mehr gespielt als ich schon ich habe noch nicht sonderlich viel gespielt nur halt gestern am stream und was war es zwei stunden drei stunden und runter jetzt hatte ich gesagt gehabt ich will hier in dem gebiet noch gar nicht unterwegs sein eigentlich ich will halt nur hier das schwefel und so machen dass der munition herstellen kann damit ich dann immer kostenlos muni bekomme müssen wir mal gucken deswegen mache ich jetzt auch noch nicht hier diese ganzen drops und so die links und rechts überall verteilt sind damit ich das dann später alles machen kann wenn ich denn dann hier ins gebiet dann wechseln erst mal muss ich ja die beiden bestehenden gebiete machen die ich aktuell unterwegs bin oder in denen ich aktuell unterwegs bin kann ich mal nachher mal link von meinem auto schicken sieht witzig aus ok aber meins sieht nicht so witzig aus meins sieht einfach nur böse aus aber die wollen wasser komm jetzt gebe ich ihnen mal wasser jaja freunde er kommt her kommt her hier kommt ja hier bitte schön trinkt was ist alles gut trinkt alles ach kein problem machen wir doch gerne ach leute willst du auch noch wasser? hm? ne? na gut wenn ihr nicht wollt tut mir schon leid ey ich würde ja sagen steigt ein ich nehme mich mit bist du die zester aber ihr wollt ja nicht kann ich auch nichts machen leute sorry bla bla was auch immer du geschrieben hast bla links sind hier nicht erlaubt schon gar nicht oh was war das what the fuck hier ist gerade irgendetwas mega explodiert aufgeräumt ach die karre dahinter ist kaputt ich fahre hier erstmal halb den felsen hoch alter was willst du von mir? du gehst mir tierisch auf die nüsse naja die bemalung habe ich noch nicht drauf weil äh meiner meinung nach macht das noch gar keinen sinn da ich auf dem rost siehst du das sowieso noch nicht so gut weißt du deswegen habe ich das erstmal weggelassen so uffgeräumt uffgeräumt und erst mal hier den ganzen schrott einsammeln den schrott den schrott den schrott ach quatsch die waffe werde ich gar nicht nehmen eigentlich so und den einen schrott lasse ich jetzt liegen da oben ähm so zack ja man sieht sie aber man sieht sie nicht gut das ist das ding ich finde das bringt einfach noch nichts so jetzt brauchen wir einen schwefelschlot der ist ach erstmal werde ich hier zu griffa mal gehen und wieder skillpunkte verteilen ich müsste eigentlich wieder ein paar haben vier stücke oder so oder fünf oder so mal gucken so oder oh was haben wir denn da komme ich da ran von hier aus ne wahrscheinlich so aber jetzt kommen da wieder so ne spacken die mir auf den sack gehen wollen da habe ich jetzt aber keine lust und keine zeit dafür ich werde mal hier hochfahren und werde mal die vogelscheuche gleich mitnehmen wenn ich schon mal hier bin ich finde diese höhlgänge voll nice ich komme hier nicht durch ernsthaft aber ich komme drüber aha wo ist das doch und tschüss so dann müssen wir mal hier hoch zu dem griffa heini griffa scheint wohl diese gottheit zu sein die er anbetet und er ist ja was ist er ist er real ist er nicht real wer weiß also ich bin mir da noch nicht so sicher ob das nicht eine Art Erscheinung ist ich bin da mir wirklich nicht sicher inwiefern er denn jetzt wirklich real ist weil er er sieht ja recht real aus ne also so ist es nicht ich werde mir mal während er labern eine Zigarette machen ich hoffe ihr seid mir da nicht böse so ich bin auch ganz leise da ja du das du 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 So, 8 Punkte haben wir sogar. Falsches Ballzeug, das hier alle. So, ähm, ja, also, hundertprozentig Schrott, hundertprozentig Munition, ähm, Life natürlich auch, eins, zwei, drei, vier, dann hätte ich noch einen, das brauche ich eigentlich, das finde ich eigentlich useless, so. So, Essen, ja, aber eigentlich, ich erwähne gar keine Waffen, das ist das Problem, ich bräuchte mehr so für Fäuste und so, mehr Wasser, ja. Ach komm, Yolo, das auch noch, das auch noch, äh, ne, das hier, oh, jetzt habe ich alles gelöscht, oh Gott, ich bin blöd. Äh, das, 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 das ist jetzt nicht so wichtig, einen habe ich noch, wo setze ich denn den rein? Ach komm, drauf geschissen, mach mal so. So, dolle, äh, wieder zurücklatsche. Treibstoffschlucker, ha. Leute, und ich habe instant wieder sieben, sieben Griffer-Punkte bekommen. Oder? Ne. Bin ich jetzt beschert? Aber ich wollte mal gucken, ich wollte ja Max aufleveln. Fäuste fügen 25 mal zusätzlichen Schaden zu, ja, das nehmen wir mal mit. Auf jeden Fall. Habe ich hier noch was? Angriffe. Was haben wir hier? Okay, hier reicht das schon. Äh, die Menge der Munition und Messer, die im Inventar getragen werden können. Ja, das machen wir auch mal. Das war ja das Problem, dass ich schon mehrfach Munition da liegen musste. Mal sehen, wie das aussieht. Sieht bescheuert aus, meilig. Und dann lasse ich ihn lieber auf normal. Äh, war hier irgendwas Neues? Mit dem Zufügen eines Zeitlusten musst du nicht mehr... Blablabla, blablabla, blablabla. Geht, das finde ich jetzt nicht so wichtig. Oh, guck mal hier. Die Exikation mit der Schrotflinte, unwichtig. Verursache enormen Schaden und betäube Feinde mit diesem mächtigen Konter, ja. Das nehmen wir mal mit. So, oh. Oh, da haben wir schon eine Menge freigeschaltet. Schalte, gefallene Feinde schnell aus, solange du nicht im Mund musst. Lass nach einem Randschlag einen mächtigen Abschluss folgen. Die Umkehraktion, die den Angreifer nach einer perfekten Parade entwaffnet. Brauche ich auch nicht. Nutze einen Nachkampf auf einem Gefallen... Ne, das brauche ich auch nicht. Okay, das ist was geschwärt. Randschlag mächtigen Abschlussung. Schalte, gefallene Feinde schnell aus, solange du dich... Okay, das finde ich jetzt alles nicht so wichtig. Hier habe ich noch alles. Na ja, die Sammelstücke und das alles ist auch erstmal jetzt nicht so tragisch. So. Rum, rum. Achso, ich wollte ja gucken. Genau, ich war ja jetzt hier. Das heißt, wir fahren jetzt hier hin. Einmal quer durch die Weltgeschichte heizen wir hier. Nur um diese scheiß Dings da abzugeben. Aber danach fahre ich dann auch wieder zurück in bekanntere Gefilde. So, dalle. Als Feinde? Wo? Ah, hinter uns. Okay, ja, die sind mir egal. Die sind mir ehrlich gesagt Wurst. Die können gerne da bleiben, wo sie sind. Was haben wir hier? Ja, schön für ihn. Das ist doch schön für ihn. Der wird uns aber nicht treffen. Genauso wenig wie der da. Oh, oh, die Sonne geht unter. Es sieht auch schon schwer nach schwerem Sturm aus. Wenn ich ehrlich bin. Ich sollte vielleicht auf der Straße fahren. Daneben. So, hier nach rechts. Ach, hier kommt mir schon wieder eine Kolonne entgegen. Mit der werde ich mich nicht anlegen. Ja, das ist schön, aber später. Hey, abla. Sabbel nicht. Oh. Abla. Ich sollte vielleicht mir angewöhnen, auch mal zu grinsen. So. Du reparierst mal, während ich mich mit den Mongos hier klappe. Okay, das war jetzt, äh, unerwartet schnell. Und Suchbereich 100%. Ne, das ging doch fix. Okay. Kann man aber machen. Essen brauche ich nicht. Oh, Munition. Nur eine Patrone, aber ich bekomme ja nicht. Really? Äh. So, äh, wo ist jetzt der Ballon? Ach, da hinter mir. Äh. Neu. Das ist auch nicht schlecht. Äh. Benutze ich den Schalter, der Wind an den Ballon herunterzuholen? Na, bestimmt hier. Und jetzt...